Hier Mensch, Junge, was ist denn das, Alter? Voll die Katastrophe. Hey, warum? So ein High Kick? Hast du nichts gelernt oder was? Was denn für ein High Kick? Ja, hier, guck. Alter, hier. Guck mal, wie hoch ich komme. Am besten so, ich hätte ja fast gesagt, geh nach Hause. Ja, aber weil du mein Freund bist, werde ich es dir erst mal zeigen. Coach, bitte zeig mal. Zeig mal bitte, wie du das machst. Okay, also. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Von hier. Ach so. Ja. Das sieht ein bisschen anders aus. Genau, richtig, ja. So, wir machen das hier zusammen. Okay. Ja. Ich meine Hetzeln gerne. Ja, ist mir egal. Okay, also wichtig natürlich ist erstmal, dass du ein bisschen aufgewärmt bist, dass du dich ein bisschen gedehnt hast. Das finde ich noch nicht so wirklich. So. Das heißt, wir fangen erstmal an, wir kicken vielleicht mal auf halber Höhe, dass du erstmal diese Mechanik hast, ja. Okay. So. Ich mache das auch bei dir mit deinem guten linken Bein, du bist ja Linksbeiner. Linksbeiner bin ich, ja. Genau. Ganz komischer Mensch. So, also mach einen kleinen Schritt zur Seite, 45 Grad. Okay. So. Okay. Lehn dich mit deinem Gewicht auf das Bein. Aha. So. Und dann von hier ziehst du deinen linken Arm in Richtung des Beines dagegen, dass die Hüfte quasi hier rüberkommt. Ja. Und versuch mit dem Schienbein hier durch den Sack zu treten. Okay. 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 Ja, sehr gut. Genau. Und wie gesagt, bring die Hüfte durch den Sack. Also schieb die Hüfte. Ja, noch mehr. Okay, okay. Das fühlt sich viel besser an. Ja, noch mehr. Komm. Power. Ja, so. Und jetzt kannst du nochmal ausatmen. Ja, das fühlt sich viel besser an. Ja. Also viel. Das war ja gar nichts hier. Da ist ja nichts angekommen. Ja, nein, nein, nein. Das ist nichts. André, danke schön. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das muss ich jetzt noch ein bisschen üben, dann komme ich immer weiter höher. Ab nach oben und dann High Kick. Let's go. Ja. Okay, Leute. Wir sehen uns im Training.